Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13 Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben Nicht bei Speichern, sondern beim nächsten Kapitel Was geht's? Wenn wir die Seed-Aktivität weitergehen können, Panik wird unsere Welt entfernt. Die Frieden und Stabilität, die wir so hart haben, haben wir so hart zu behalten, werden nichts als eine Erinnerung. Die Geheimnisse sind unsere sehr Art von Leben. Sie müssen eliminiert werden. Es kann keine Erwartung sein. Das ist alles. Wenn wir nicht verlieren, unsere Bürgerinnen müssen den Preis. Okay. Task Force reporting. Begin die Operation immediately. Sir! Wir können es machen. Gehen zu der Station und fahren den Trainern für Eden. Sie denken, dass es noch weitergeht? Wenn es nicht ist, wir machen es weitergeht. Dann fangen wir direkt in das Herz des Sanctums. Jetzt denkst du wie ein Puls. Wir sehen uns. Das ist Operation Nora. Es ist nicht nur Schnee. Die Sanctums müssen auch bezahlen. Hey! Du bist derjenige, der gesagt hat, dass wir kämpfen mussten. Jede Minute, die wir verraten, haben wir das Verlust. Es gibt ein paar Untergrund-Tunnel, die nicht weit weg von hier. Ich habe sie gespielt, als ich ein Kind war. Niemand hat die Erinnerung mehr benutzt. Also sogar die Armee weiß nicht darüber. Aber ich weiß, wo es ist. Wir können unter ihren Nissen schlafen. Das klingt gut. Great. Hier geht's. Huh. Jetzt noch mehr Rivalries. Saicom hat das Guardian-Corp in gebracht. Okay. Es gibt eine alte Drainage-Piepe. Wir können es nutzen, um zu vermeiden zu sehen. Die Tunnel-Entrance ist ein wenig weiter hoch. Hier nochmal. Ja. Ich hab auf. Ja, ich hab auf. Ja, ich hab auf. Wie geht's mit unseren Dingen in uns? Ja, das machen wir die Möglichkeit auch erst mal. Das Starium aufwerten. Guck mal, Rine. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab auf. Ich hab's als Brecher erstmal so weit weiter wie es geht. Zack. 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 Äh. Zack. 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 nicht wirklich viele effekte dazu so ein augmenter maschinen fertig machen ich habe das ist eher angebracht ex blitz genau ja, sieht gut aus sieht gut aus wollen wir nochmal speichern so jetzt müssen wir oh 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 hier ist ja ok wir sind ja der Weg in die Tunnel ist da da hoch da hoch äh ich habe uns gesehen, sie müssen uns eigentlich sehen, die Idioten oh oder ja was solls gehen wir einfach noch sehr gut und jetzt so so äh ei geh weg da hoch deck mir den Rücken herum das da weg durch bin aber ich da es ist ich di Ah, ich wüsste es! Was hast du getan? Was hast du getan? Nix, du bist hier runtergesprungen. Oder war übrigens Bayer Punkt? Ich weiß es nicht genau. Wir finden es heute. Zum! Ja, und jetzt? Oh, das ist schön! Wir werden wieder gehen. Nein, wir werden wieder gehen. Leute, gibt es nichts zu sehen. Einfach weiter gehen. Hallöchen, Sunny Puddings. Oder heißt die wieder anders? Nein, die heißt Sunny Puddings. Wow, die machen aber zahle. Und heilt sich gegenwärtig. Was? Alter! Da war's. Und du denkst. Das könnte auch zum Vorteil sein, dass wir uns heilen, das wir uns angreifen. aber natürlich ist es alleine ja 128 na super nicht wirklich so ach du scheiße ist das denn wenn der einfach an der bestie vorbei was die drauf hat diese bestie da auch du heiliger und können sich so ein bisschen ziehen ja ich habe zeit wir haben da eine phoenix wieder so lasst das sterben so hey nach oben macht diesmal okay dann haben wir Aber ich kann sie nicht haben. Und ich fehlt leider hier ein Manipulator. Autsch. Hm. Es zieht sich so ein wenig hier von der Seite. Ach komm schon. Nein kein Vieh. Spiel war der aber. Es ist Zeit, um es zu verwenden. Aaaaaaah. Junge. Komm schon. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt haben wir dich, wo wir dich haben wollen. Im Schockzustand. Komm, mach einer. Gerade mal der Hälfte haben wir abgezogen. Ist hier natürlich nicht so gut. Aber wir haben ihn doch. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Ja, wir haben ihn. Hat zwar etwas gedauert, aber wir haben ihn. Ich sehe schon wieder, wir müssen den Parch wieder beenden. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ich weiß nicht, woher ich gekommen bin. Okay, wir sind hier dran. Das ist die Stadt. Ich sehe es. Das ist die Stadt. Das ist die Stadt. Die Stadt. Also, kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. I don't think so. I don't think so. I think so. Let's go first. I'd like to cut and cut off. Ah, natürlich sind es wieder zwei Sunny-Pullings. Leck mich doch am Arsch. Komm schon, ich habe genug von der Scheiße. So, erstmal Hope müssen runterheilen. Nee, jetzt lass die Scheiße, komm schon die Sunny-Pullings. Er könnte nicht gewinnen. Bitte macht ihr immer den Scheiß-Rot-Umschlag. Ja, viel besser, ey. So, wollen wir auch erstmal heilen. We got this under control. Und weiter geht's hier. Auf ihn, oh daaaauuu. Müssten langsamer muss ich ja cutten. Ich würde aber liebsten jetzt den Speyerpunkt gerne haben. Ich würde ja packen. ja nee ist klar ne ja nee ist klar ne nein ich will hier lang ich will hier lang ich will jetzt nicht kämpfen mit mir fern da muss ich hier kämpfen dann mache ich nämlich in den Karten, dann sind wir uns im nächsten paar, dann mache ich halt noch ein paar äh was denn jetzt was denn jetzt ooooh Junge egal ich mache es hier in den Karten, dann sehen wir uns im nächsten Part Joe hmm